Auf ihn haben sich viele schon gefreut, bevor er überhaupt bei Werder unterschrieben hat. Theodor Ghebrezelasi vielleicht die Entdeckung der diesjährigen Europameisterschaft. Auch er ist froh, nun endlich in Bremen zu sein. Es ist ein tolles Gefühl, hier zu sein. Nachdem ich den medizinischen Check überstanden habe, Urlaub gemacht habe, will ich der Mannschaft auch so schnell wie möglich helfen. Tor, Ausgleich, 1-1, Theo macht das Tor, Theo Ghebrezelasi und das ist verdient. Jedes Mal, wenn man sieht, ein Tor ist, ist das schon cool. So sieht ein glücklicher Vater aus. Theo Ghebrezelasi freute sich vor zwei Wochen über die Geburt von Sohn Noé. Jetzt trennt der Trainingsstart die beiden, bis Frau und Kind in Bremen ankommen. Aber alles halb so wild. Jetzt ist nur ein Tag, als ich weg bin. Aber natürlich, ich vermisse ihn. Ja klar, ich freue mich auf diese Zeit. Ich kann bei Werder noch länger bleiben. Ich hoffe, das wird alles gut für uns alle. Wer von euch kocht besser? Theo ist es sicher. Ja, ist schon klar. Aber ich mache es nur für den Punkt. Ich mache es nur für den Punkt. Aber ich mache es jetzt nicht. Was kocht der? Ich denke, es ist ein Krim. Ich mache es auch schon. Ich habe es noch nicht. Ich mache es noch. Ich mache es jetzt. Ich mache es noch nicht. von Teodor Gebrecelassi! All-important corner. It's in! And fate has decided that after stealing three points from Bremen last time out, she's gonna give them three points to make up for it. Rashica. Oh, lovely header! Fantastic goal! Teodor Gebrecelassi! One of the best headers of the ball in the business. Mason Bremen 2, Weinberg 1. The first one is to dive.